Es sind so gut geschätzt sechs Monate vergangen und wir melden uns zurück. Wer sind wir? Ich. Genau. Du und ich? Und der andere, der in der Konfiz. Unbekannte Person, der hinterher. Der unbekannte Typ, der da immer dazwischen redet. Äh, oh, Moment. Ah, Steuerung. Ich weiß auch noch genau, warum wir damals aufgehört haben. Ich hab mir den Party angeguckt. Also, Vorbereitung heißt, wie welchen Nummer ich hast. Ja, man muss sich ja vorbereiten, sonst nach so vielen Monaten. Dann, äh, mach mal für die Leute, die, äh, seit sechs Monaten jetzt, oder wie lange, wie lange. Soll ich ein previously machen? Ja, previously on. SMW. Ja, muss ja, aber auch so wirklich so, so. Äh, stimmt mal. Previously on, SMW here. Ach, kann ich nicht. Ich bin noch zuerkältet. Ich werde auch ein bisschen husten, das sag ich jetzt schon mal deswegen. Äh, ja. Ja. Zuvor haben wir, äh, Lemmy besiegt, Roy, bla, und noch ganz viele andere Typen. Und stehen geblieben waren wir jetzt in dieser, in diesem Fortress hier. Mit dem Schokoladen. Ja. Lecker, lecker. Lecker schmecker Schokolade. Das war das. Und, what the fuck? Am geilsten muss es jetzt für Freakpoint sein, der jetzt überhaupt nichts sieht, aber unsere Reaktion hört. Dafür ist das letzte Player ja eigentlich da, zum kompetierten, äh, spielerlebnis. Können wir jetzt so, 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 wie so, so, ja, das war gut. Ja, geht schon gut los. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss mich selbst konzentriert, ich kann nicht mehr reden. Aber bis, bis dahin kann ich noch reden, bis ich bin, bis ich angekommen. So, so, so Bundesliga-mäßig kommentar, kommentator machen. Da könnte man ein Livestream machen. Aber ich glaube, da wäre ich ganz nervig in der Verzögerung. Das, das könnten wir es später noch mal machen. Haben wir jetzt alles nicht, also, ganz überahnen, was wir hier gerade machen. Okay. Aber am lustigsten muss es doch sein, wenn du dir das dann anguckst, ne? Ja. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau. Wir waren ja bei diesen Renozeros-Fächern da. Bis zum letzten Mal gekommen. Ja, die. Kennst du noch, ne? Wo du den letzten zwar besiegt hast, aber der dich dann auch noch besiegt hat. Genau. Und ich habe gedacht, das Spiel ist so schlau und weiß, wenn ich den besiegt habe, hört es sofort auf und sagt, ja, du hast gewonnen. Aber nee. Von wegen. Ja, das waren das die, die irgendwie auf diesen Plattformen waren, die sich immer so betreten haben. Das waren viele. Was zur Hölle. Nein. Die. Konntest immer schon? Nö, nö, nö. Das gerade ein Knochen trocken durch so Holzfehler gegangen. Verlucht, ja. Cheetah. Ah, verdammt. Wir sind schon wieder gut los, aber jetzt haben wir ja wieder unseren Captain Zeitraffa, den Mannsatz. Aber ich stehe jetzt auch noch hier. Wenn wir gestorben sind, du musst mich schon aussprechen lassen. Entschuldigung. Wir sollten auch unbedingt bis zum Checkpoint kommen. Das sind Ideen. Das erst mal schaffen. Ja. Weißt du, was dahin ist? Das letzte Mal gedauert hat, bis wir dem Level zum Checkpoint gekommen sind und dann kam das mit dem... Mann, bin ich doof. Okay, äh. Da ist dann auch die... Die Blöcke. Die Grießkrabblöcke. Ach ja, ja, das war auch scheißig. Ja, ich erinnere mich. Ähm. Aber war der Checkpoint... Ne, der Checkpoint war vor diesen... Vor diesen... Oh. Der Checkpoint war vor diesen Viechern mit dem... Die immer da rumgeflogen sind. Wo du durch die Arschprungtechnik mir ans Herz gelegt hast. Und ich wollte nicht hören. Oh, was war das? Du war gerutscht. Das war halb Skill, halb Fail. Wobei, ein bisschen Fail überwiegt. Oberwoke. Überwiegt Oberwoke, Oberwoke. Können wir wieder die Entschuldigung machen, äh, wenn wir erstmal reinkommen. Oh, du hast wieder Pause. Ja, das war der Running Gag, der ist zurückgekehrt. Wie geil. Ich weiß immer noch, wo Pauses und ich drückst instinktiv. Macht der das eigentlich absichtlich so eine Pause, dass es nicht so auffällt, dass ihr steckt seid? Nein. Äh, ja. Warte mal, ja war die richtige Antwort. Huh. Alter. Oh, ist die Steuerung hart. Oh. Das geht ja überhaupt nicht. Alter. Oh, verdammt. Oh, fuck you. Ey, scheiß Feuer. Also ich bin aber wirklich am überlegen, sollten wir das jetzt nicht so hinkriegen und wirklich wieder ganz viele Parts damit verschwenden, mach ich einfach so ein Safe State Run und dann bring ich uns da wieder zum Checkpunkt. Ne? Das gibt's ja auch noch, stimmt. Ich meine, die Leute wollen bestimmt nicht sehen, wie wir andauernd... hier rumhängen. Aber das ist doch das Witzige. Aber für uns ist es nicht witzig. Äh, nicht witzig, wenn wir die gleich Witze erzählen. Ja. Oh, fuck. Ich weiß, dass ich hier drauf gehen werde. Du weißt nicht die, äh, Spitzen-Glocken. Ja, ich weiß. Ich glaub, man darf sie ja nur nicht mal von der Seite berühren, das hab ich noch beim letzten Mal. Sauber. Ach ja, das hier. Okay, das weiß ich noch. Erst fallen lassen, erst fallen lassen, wenn es wieder hoch geht, äh... Und dann, ich halt einfach... Jetzt, jetzt, jetzt! ...Rennen gedrückt und jawoll. Jetzt kommt die Kacke. Über diesen kleinen kannst du ja mit dem Drehsprung nochmal... Ja, da sagst du immer so einfach. Hm. Oh, ho, ho. Guck mal. Knapp an Marius Hinterteil. No, nein, du blöder Chinese. Mann. Aber ich weiß noch, dass hier im Linken ein Pilz war. Italiener. Das links und jetzt rechts. Ja. Zack. Boah, skill. Mann, haben wir uns gewandelt in sechs Monaten. Drei Jahre. Ups. Ups. Ich mach das ein bisschen spannend. Uah! Alter. Oh. Jetzt kommt das, ne? Äh, du... Ja, mit... Wie mach ich das denn? Das schlokt. Und dann mit dem Arschbruch rüber. Also, erst mal, dass er so... Jetzt... Pff. Den schon treffen. Und runter! Rüber! Yeah, man! Yeah. Der hat nämlich eingequetscht. Aber wir sind nicht schlecht. Also, ich war jetzt gerade nicht schlecht. Ich kann's mir nur allzu gut vorstellen. Ich bin bis zum Checkpoint gekommen. Mit zwei Leben. Also, die ich verloren hab. Achso. Das haben wir beim letzten Mal nicht geschafft. Ich hab noch nicht mal das erste Level geschafft bei Mario. Bitte? Okay. Das war wirklich es geht. Mega-Juice vom Arschbrüchen. Oh! 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 Das war ein Beispiel. Nochmal. Ich hab mir schoniges. Ich könne... Ähm... Ja, bis wir jetzt nicht. Das ist eine... Eine unfassende Stelle. Was denn? Nein, Entschuldigung. Ich kann mich schon denken. Aber egal. Ich will ja nicht vom Thema bringen. Nee, es geht jetzt hier total um Super Mario World. Ja. Oh, ich kriege schon wieder so zittrige Hände. Vor allem, wenn ich mich jetzt dem Boss langsam näher. Sie rutschen schon von der Tastatur. Ja, mit Tastatur ist das eine Qual. Das geht überhaupt nicht. So. Yeah, man. Das ist wichtig, dass ich jetzt hier groß bin. Und rüber. Ups. Oh, dass Mario mal so gleiten muss. So slide und so. Wie schlimm ist das? Das ist gut, da kannst du jetzt mit dem Drehsprung drüber. Ja. Komm, triff's. Drehsprung. Und noch ein. Yeah, man. Da auch. Nö. Ja, jetzt mit dem Drehsprung drüber. Ja. Direkt hintereinander. Also ich spring mit dem Drehsprung auf die Platte in der Mitte. Und weiter. So, weiter. Könnte man so auch interpretieren, aber... Aber ich mach's lieber so. Ach nein, ey. Ich glaub, das ist das letzte, ne? Dann kommt der Boss. Ich könnte auch in die Mitte gehen. Ja. Und dann... Dann erstmal warten. Oh, das ist wieder. Oh, bin ich gut. Wieder. Wieder. Er kann sein, dass ich besser geworden bin. Ich hab gar nichts geübt. Oh, scheiße. Jetzt kommt der fuck den Boss. Konzentriere dich, konzentriere dich. Direkt drunter schreckt, ne? Nächste, nächste, direkt. Oh, so. Oh, so. Wir... Am besten. Am besten. Am besten auf die Klauen. Wenn er über die jetzt, wenn er über die jetzt spricht. Nur mit über die jetzt. Einfachstehblein. Den bleibt. Ne, du bleibst nicht stehen. Jetzt. Was geschafft? Ja. Ja, Mann. Juhu. Ja, ich hab jetzt diese vier Rhinozoros-Viecher besiegt. Wir können ja speichern nach... Ja, wir speichern jetzt auch. Ähm. Wie mach ich das? Was muss ich drücken? Continued safe. Also... Hab ich gespeichert? Ich hoffe es. Hey, läuft doch super. Ja, das kenne ich nur allzu gut. Dass man nicht nur safe wählt, sondern nur loadstay. Ja, das hab ich... Das ist mir schon passiert. Äh, das werdet ihr... Wenn ihr den zweiten Part von Zelda seht. Das... Ja. Ich sag jetzt nichts. Ähm. Ne, was wollte ich noch? Achso! Äh, Freakpoint, hast du vielleicht ne Uhr in der Nähe? Äh, ja. Ich hab grad nicht auf die Uhr geachtet. Ja, ich spiel zu fünf Minuten, also... Alles klar. Ja, ich... Wollte nur abschätzen, dass wir ungefähr ne Stunde aufnehmen, also... Ich hab's geschafft, du bist dran. Ich hab gesehen, was du gemacht hast. Huiiii. Hoffentlich kommt jetzt ein bisschen Entspannung hier. Bisschen Entspannungsmusik einspielen. De-de-de-de. Uuaah. De-de-de-de. Ich bin so cool, ich hol meist mal Yoshi-Münster. De-de-de. Das bringt eigentlich überhaupt nichts, weil wir es nicht schaffen, alle zu kriegen in deinem Leben. Ja, ich weiß sogar nicht, wo hier die anderen sind. Ach, wollte ich mich verarschen? Ich würd auf den oberen. Ja? Ja, wie komm ich da drauf? Da müsste ich ja... Jetzt, jetzt! Ja. Ich geh auf den unteren. Jetzt? Ja, jetzt komm ich mal weiter. Äh... Da kannst du drauf kommen. Äh... Ich würd ganz gerne auf den über mir. Ja, versuch genau. Also... Ich mein... Diesen. Weißt du? Äh... Diese Plattform, die äh... Sch... Fallen. Die schfallen? Schfallen. Alles klar. Leben! Yoshi-Münster. Boah, wenn ich jetzt alle krieg, ne? Nee, ich steppe eh gleich. Von daher. Gibt's nicht. Aber... Ich glaub nicht, dass... Oh, was ist da? Checkpoint, bitte. Bitte Checkpoint. Och Mann! Ist das nicht unter... Unter... Untergrund-Level? Gibt's da keine Checkpoint? Ich weiß es nicht. Hatten wir nicht mal einen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wow, what the fuck. Das war ein Leck. Aber zum Glück war der... Ach du Scheiße! Ich leck's. Äh... Chuck, wo hast du dich ausgelockt? Als du gerade noch on warst? Warst du da noch bei mir in der Nähe? Ja. Gut. Dann geh aber nicht weg. Weil ich geh jetzt was suchen. Leck. Tade. Extrem. Bei mir. Wie, immer noch? Ja. Wo bin ich denn? Du machst nur Zitter-Party gerade. Oh. Ja, bei mir hätt's auch gerade kurz. Aber wann kommt dieser cool Maulwurf wieder da raus? Cool Mo-Man. Da ist er! Cool Mo-Man! Jetzt brauch's ihn. Nicht. Ha! Ha! Oh, zieh. Alter, ich hab's geschafft. Fast. Oh nein! Wie mach ich das denn jetzt? Arschprung. Oder soll ich Anlauf nehmen mit dem Arschprung dann? Ich brauche dann drüber. Ohohohoho! Alter! Huuhu! Hilfe! Speichern? Äh, können wir speichern? Oder meinst du... Retour! So speichern. Ja? Ja, 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 speichern mal! Und jetzt... Speichern heißt jetzt immer ein Cut. Ja. Also bis gleich. So, jetzt geht's weiter! Nach dem Cut wir haben kurz gespeichert, beziehungsweise Pravi hat kurz gespeichert. Und, äh, was ist das? Also, Admiral Ackbar würde sagen... It's a trip! Yoshi. Also ich würde den P-Switch nicht drücken. Ja, deswegen. It's a trap. Was ist das denn für eine Billy? Oh, ich muss ihn drücken. Geh, geh jetzt mal weiter. Kann ich ihn irgendwie mit Yoshi mitnehmen? Ja, kann ich. Muss ich da rein? Oder soll ich einfach weiter? Geh jetzt mal weiter. Okay. Äh, alles ignorieren hier. Ich meine, ich hab ihn ja jetzt mit. Wie besteht das Level ja auch nur aus solchen Sachen hier? Bla, 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 bla. Hä? Hat er geschluckt? Wo bin ich jetzt? Ein Parallel, oder? Nein! Was ist das? Ja, ein Parallel. Oh, ich hasse das mit... Ah, was gibt? Wo ist das? Uah. Uah. Oh. Du läufst heute zu hoch vor, Mau. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist auch, glaub ich, nur einmalig. Komm, so viel Zeit muss sein. Ich geh nicht werden. Oh nein! Nur ein Checkpoint. Ja, ja, ja. Okay. Okay. Da kriegst du... Hä? 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 Nein! Weißt du, was ich gedacht hab? Dass er wieder so nach außen geht. Und nicht nach oben. Ah!